Hören Sie mich an, bitte. Sie wissen, es gibt nichts, was ich nicht für Sie tun würde. Sagen wir, wenn jemand in Ihrer Nähe wäre. Jemand Böses. Und Sie wüssten nichts davon. Was soll das? Wovon redest du nur? Was meinst du mit jemand Böses? Ruhe, Kleiner. Dazu gibt's keinen Anlass. No one's gonna hurt you, no one's gonna dare. Others can desert you, not to worry, whistle, I'll be there. Demons will charm you with a smile for a while. But in time, nothing can harm you. Not while I'm around. Das ist Edgert. Nothing's gonna harm you, not while I'm around. Nothing's gonna harm you, totally, not while I'm around. Demons will charm you with a smile for a while. But in time, nothing's gonna harm you. Not while I'm around. Not while I'm around. Something's gonna harm you, totally. Not while I'm around.